Einen wunderschönen guten Tag Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Shakes & Fidget und heute soll es um die Festung gehen. Speziell, sagen wir mal, eine Festungsguide. Ich habe mich hingesetzt und habe versucht, Stück für Stück die wichtigen Aspekte der Festung runterzuschreiben und ich sage euch gleich von Anfang an, so leicht ist es nicht. Die Festung an sich ist ein Feature in Shakes & Fidget, was erstens schon mal sehr, sehr, sehr lange dauert. Das Weitere, und das ist eigentlich der wichtigere Punkt über die Zeit hinweg, ist die Festung meistens sehr situativ. Das heißt, man müsste, wie zum Beispiel hier sieht man diese ganzen Feuerwerke, öfter mal auf Events achten und muss dahingehend Decisions machen. Man hat unterschiedliche Spielstile. Pilzt man, pilzt man nicht, levelt man schnell, levelt man eher langsam und das muss alles ein bisschen angepasst werden, beziehungsweise die Festung muss auf den Spielstil angepasst werden. Deswegen, das Ganze ist mehr oder minder ein grober Leitfaden. In der genauen Situation müsst ihr dann eben selbst entscheiden, wie ihr es genau macht. Aber fangen wir einfach mal an. Das Early Game der Festung. Wir haben Stufe 25 erreicht und das ist der erste Zeitpunkt, ab dem wir die Festung freischalten können. Haben wir das gemacht, können wir uns auch ein Pilzpaket aufladen, was neben den normalen Paketen auch nochmal deutlich mehr rentiert. Aber da sind wir jetzt auch wieder beim Punkt. Gibt man Geld aus, gibt man kein Geld aus. Wir gehen mal kurz davon aus, man gibt Geld aus und dann bekommt man direkt von Anfang an 100.000 Holz und 50.000 Steine. Es ändert jetzt aber auch nichts, wenn ihr das Paket nicht kaufen solltet, ist das Vorgehen jetzt im Early Game, sage ich mal, das gleiche. Anfangen tut ihr nämlich, indem ihr die Festung, das Arbeiterquartier, Holzfällerhütte und Steinbruch sowie die Kaserne ausbaut. Das Ganze habe ich jetzt mal so eingeteilt. Wir gehen Festung 8, wir gehen aufs Arbeiterquartier 8, genauso wie Holzfällerhütte, Steinbruch und die Kaserne irgendwie zwischen 6 und 8. Das Ganze macht ihr nicht der Reihenfolge nach, sondern immer wieder durchgehend. Das heißt, ihr zieht die Festung auf 1, das Arbeiterquartier auf 1, die beiden hier, die Kaserne. Dann geht ihr auf die Festung 2, dann direkt das Arbeiterquartier 2. Das hat folgenden Vorteil. Das Arbeiterquartier zieht euch ja Bauzeit ab. Falls ihr jemand seid, der mit Pilzen skippt, spart ihr euch Pilze. Weil die Dauer gibt an, wie viel Pilze ihr ausgeben müsst, um zu überspringen und wenn die Dauer natürlich weniger ist, sind auch die Pilzausgaben weniger. So viel schon mal dazu. Wenn ihr nicht pilzt, dann ist es auch genau das gleiche Prinzip. Ihr wollt ja schnellstmöglich ausbauen und dementsprechend schauen wir einfach, dass von Grund auf die Ausbauzeiten sehr, sehr kurz sind. Deswegen, dieser Gebäudekomplex hier wird zusammen hochgezogen. Allein mit dem Festungspaket könnt ihr die Festung, so ungefähr, auf 8 bauen, Arbeiterquartier auf 7, Holzfäller, Steinbruch auf 7 und die Kaserne hier auf 6. Ich habe mir das eben mal ausgerechnet. Das kommt ungefähr hin und dann zieht ihr eben noch weiter, bis hier alles auf 8 ist. Die Mine fangt ihr auch direkt von Anfang an auszubauen, aber bitte, bitte, bitte nur auf 1. Ihr werdet am Anfang in den Genuss kommen, dass euer Equipment sehr, sehr schnell durchrotiert. Ihr werdet sehr schnell neue, bessere Gegenstände finden und damit man einfach nicht so viel Zeit, A oder B, Pilze verschwendet, wenn man es gibt, lassen wir das ganze Ding auf 1. Es rotiert so schnell alles durch. Ihr profitiert am Anfang mehr davon, wenn die Suchkosten für Edelsteine erstens gering sind und natürlich auch die Dauer für die Suche sehr gering sind. Nun kommen wir ins Mid-Game, wenn man so sagen kann. Das muss jetzt nicht unbedingt eurem Spielfortschritt entsprechen, sondern es geht hier wirklich lediglich um die Festung. Das Mid-Game der Festung, habe ich einfach so betitelt, ist so Stufe 8 bis 15, ungefähr. Dementsprechend gehen wir rein. Festung kommt in dem Bereich auf Stufe 15. In Kombination, die ganze Zeit, wird das Arbeiterquartier mit hochgezogen, auch bis Stufe 15. In dem Moment, wenn ihr dann soweit seid, habt ihr das Arbeiterquartier auch schon gemerkt. Das heißt, ihr könnt nicht mehr Bauzeitverringerung erreichen. Die Holzfällerhütte und den Steinbruch, den werdet ihr ungefähr auf 10 ziehen. Das passt dann soweit. Die Kaserne, das ist jetzt so eine Sache, wir hatten die davor so irgendwas zwischen 6 und 8 gezogen. Jetzt würde ich sagen zwischen 6 und 8, vielleicht sogar auch 8 und 10, je nach Motivation. Die Kaserne beinhaltet ihr einfach nur oder beherbergt ihr einfach nur eure Soldaten. Wenn ihr jemand seid, der sehr, sehr gerne sehr viel angreift und zum Beispiel dann über Nacht möglichst viele Soldaten sammeln möchte oder halt auch allgemein immer, wenn er angreift, sehr viele Soldaten bereit haben möchte, dann zieht die durch ein bisschen hoch. Wenn ihr eher so ein spannenderer Spieler seid, dann könnt ihr die, ja ich würde sagen, so ungefähr auf 8 lassen. Jetzt mit Game von der Festung kommt aber dann schon ungefähr vom Level hin, dass ihr so langsam aber sicher die Unterwelt freischalten könnt. Dementsprechend, um die Unterwelt freizuschalten und da geht es auch wieder auf Zeit, dementsprechend müsst ihr da auch recht früh hinterher sein, braucht ihr die Edelsteinmine Stufe 10. Das ist jetzt so eine Sache, ihr müsst ein bisschen abschätzen. Die Unterwelt schaltet ihr frei, erstens Stufe 10 vor der Edelsteinmine und zweitens nach Abschluss von Dungeon 1 bis 9. Ihr müsst jetzt so ungefähr abschätzen, wann ihr mit Dungeon 1 bis 9 fertig seid. Ich weiß es gerade nicht zu 100%, ich würde sagen ungefähr in dem Bereich Level 130, Level 140. Das heißt, plant das schon mal mit ein. Die Edelsteinmine hat ja natürlich auch eine Ausbauzeit. Nicht, dass ihr dann das Level habt, beziehungsweise die Dungeons abgeschlossen habt und eure Edelsteinmine ist noch Stufe 1 und ihr denkt euch, oh verdammt, jetzt muss ich erstmal noch 10 Tage Edelsteinmine ausbauen, dass ich an das Herz der Finsternis komme. Das wäre schlechtes Timing, versucht das auf jeden Fall zu verhindern. Stufe 10 ist aber auch das Max, ihr geht nicht weiter, ihr bleibt hier, ihr macht das Ganze wirklich nur wegen dem Herz der Finsternis. Schatzkammer und Akademie haben wir uns noch gar nicht angeschaut und da wäre mein Tipp an der Stelle, macht einfach so, dass es nicht wehtut. Nicht so wie hier, hier ist gerade ein schlechtes Beispiel, aber wir sehen, wir haben hier so knapp 400.000 Holz, 122.000 Steinen für den Ausbau und die Akademie, die kostet gar nichts. Ja, dementsprechend, das ist genau das, was ich meine mit, wenn es nicht wehtut, dann klickt auf Bauen. Hier wäre das gleiche, 14.000 und hier 5.000, ne, so um den Daumen rum. Die sind, das ist nicht so teuer, das Ganze dauert hier um die 6 Stunden. Nehmt das dann ruhig mit. Vielleicht ist das ja sogar so ein Zeitpunkt wie jetzt hier, ich bin am Farmen und möchte jetzt demnächst die Festung auf Stufe 11 machen, habe aber noch nicht die Ressourcen. Bevor ich jetzt da wirklich gar nichts auf Ausbau lasse, ziehe ich einfach mal die Schatzkammer oder die Akademie ein bisschen nebenbei hoch, farm nebenher weiter meine Ressourcen und wenn dann die Festung, also wenn die Ressourcen zusammen sind für Festung Stufe 11, dann gehe ich direkt wieder weiter in die Festung. Also die beiden Sachen hier zieht ihr mit, solange es von den Ressourcen her nicht allzu sehr wehtut. Wir befinden uns nun im Late Game der Festung und konzentrieren uns dabei eher auf diese drei Gebäude hier. Die Mine lassen wir, Arbeiterquartier haben wir eh gemerkt, Holzfäller, Steinbruch lassen wir ebenfalls und die Kaserne ist irgendwas zwischen 6 und 10. Jetzt schauen wir, dass wir eben diese drei Gebäude hier ein bisschen hoch bekommen. Main Focus liegt in dem Bereich meiner Meinung nach stumpf auf der Festung. Das hat den Vorteil, dass wir, wenn wir ein Festungsevent haben, hier immer, also bei den Quests, hier immer höhere Ressourcenpakete bekommen. Bei Dr. Abawubu hier, der gibt ja auch hier Holz und hier Stein. Die Pakete werden auch größer, wenn die Festung ein höheres Level hat. Und dementsprechend sage ich, Hauptfokus liegt auf der Festung. Und nebenher, das ist jetzt so eine Sache, ich bin jemand, der arbeitet doch dann und wann mal mit Skips. Da sind wir wieder beim Punkt, wenn es nicht so sehr wehtut, dann kann man bei der Schatzkammer, aber ein bisschen mehr Fokus hier, also bei den beiden jetzt im Vergleich auf die Akademie, weil Erfahrung einfach wichtiger ist, kann man die skippen. Das ist aber eher so eine Sache, die ich machen würde, erstens, wenn ihr die Pilze habt und zweitens, wenn ihr in Ressourcen schwimmt. Ja, also weil so ab dem Bereich hier, ich meine, okay, die Akademie könnte man jetzt hier bei dem Beispiel noch hochziehen, weil die kostet unter einer Million Holz und das würde an sich auf jeden Fall noch gehen. Dennoch sage ich, der Fokus liegt auf jeden Fall auf der Festung. Ich möchte davon profitieren, dass beim nächsten Festungsevent, wie auch jetzt bei diesen und halt auch bei den Daily 20 Spins, einfach so viele Ressourcen wie möglich dabei rumkommen. Ich arbeite damit auf diesen State hin, dass ich mir keinerlei Sorgen mehr machen muss über Ressourcen, weil ich hier permanent am Max bin. Das ist echt so, ab Festung 15, 16 fängt das an, wo die ein bisschen länger dauert. Auch da kann man so die letzten paar Tage, wenn man die Pilze dafür hat, skippen. Und wenn nicht, auch nicht so schlimm, die Festung läuft durch und in der Zeit farmt ihr Unmengen an Ressourcen, so dass ihr eigentlich wirklich Festung nach Festung nach Festung nach Festung ausbauen könnt. Ihr merkt das dann ab 15, 16 ist das irgendwann kein Thema mehr, hier an die Ressourcen zu kommen. Grundvoraussetzung ist natürlich, dass man die Spins halt wahrnehmen kann. Und, das ist das, was ich halt am Anfang gesagt habe, es kommt auch so ein bisschen auf die Events an. Wenn ihr auch jetzt das schon wisst, da gibt es online, kann man einfach nachschauen, einen Eventkalender, der euch angibt, was die nächsten Events sind, dann könnt ihr so ein bisschen schauen, ja, okay, mache ich jetzt die Schatzkammer hoch, mache ich jetzt die Akademie hoch, in 5 Tagen haben wir Festungsevent oder in 2 Wochen haben wir Festungsevent. Vielleicht baue ich jetzt lieber die Festung aus, damit ich dann da mehr Ressourcen ergattern kann. Das sind so diese situativen Sachen, die ich meinte. Wenn nicht, okay, ich habe gerade Bock, mehr auf Erfahrung zu gehen, weil Erfahrung einfach so wichtig in diesem Spiel ist, um mir vielleicht auch einen Vorteil gegenüber anderen Spielern zu holen, die nicht die Festung so weit gepusht haben, die vielleicht nicht auf die Akademie gehen, dann gehe ich eher auf die Akademie. Also das sind so Sachen, wo ich sage, da müsst ihr ein bisschen schauen, was sind die nächsten Events, was macht jetzt, hat mehr Sinn, will ich eher auf die Ressourcen gehen, dass ich im Nachhinein weniger Stress habe. Ja, so zur Strat. Man könnte an der Stelle noch hinzufügen, wenn man vielleicht nicht die 20 Spins macht und vielleicht auch nicht die Pilze investieren möchte, an Eventtagen, also an Festungsevent, 10 Bier zu trinken, dann macht diese Strategie vielleicht auch nicht so viel Sinn. Dann könnte es sich tatsächlich eher lohnen, Steinbruch und Holzfällerhütte in dem Moment dann auf 15 nachzuziehen. Ich meine, klar, was soll ich euch sagen? Es kommt halt irgendwo einfach auch auf die Pilze an. Jemand, der das nicht machen muss, wird natürlich viel schneller in der Festung vorankommen, weil die hier, ich meine, wir sind jetzt hier bei Stufe 10, die dauern auch eine Zeit. Die Zeit müsst ihr natürlich oben drauf rechnen, wenn ihr die beiden Sachen hier noch auf 15 nachziehen wollt. Das wird nochmal ordentlich dauern. In der Zeit, wo ihr die hochzieht, hat jemand schon 2, 3 Festungsstufen ausgebaut. Das ist halt so eine Sache, da kommt man nicht drum herum, da kommt es einfach auf die Pilze an. Nichtsdestotrotz, wenn ihr Free-to-Play seid, dann könnte es einfach Sinn machen, die beiden hier nachzuziehen, damit ihr keine Struggles mit den Ressourcen habt. Nun befinden wir uns im absoluten Endgame der Festung und ich kann euch sagen, Freunde, hier wird es doch mal sehr, sehr schön stumpf. Also, wir gehen rein. Festung ist Stufe 20, wir haben das Arbeiterquartier gemaxed und als nächster Punkt ist es wichtig, die Akademie hochzuziehen. Erfahrung ist sehr wichtig und irgendwann im Spiel kommt, wenn ihr die Taktik fahrt, die Dungeon-Pause. Dungeon-Pause ist ein Bereich, wo ihr keine Dungeons mehr nehmt und nur noch Erfahrung über die Quests, über das Glücksrad, über Arena und hier auch die Akademie bezieht. Das Ganze ist nochmal ein Thema für ein anderes Video. Allerdings, wir wollen sehr schnell raus aus der Dungeon-Pause und selbst wenn ihr sie nicht spielt, wollt ihr einfach sehr schnell leveln und dafür ist die Akademie einfach sehr wichtig. Auch wenn ihr das wieder jetzt in Comparison sieht zu anderen, es ist ja ein sehr kompetitives Spiel. Wir wollen schneller leveln als andere, deswegen versuchen wir die Akademie schnell auszubauen und zu maxen. Hier auch beim Erfahrungsevent gibt es mal zwei XP. Das hat hier also auch nochmal so einen kleinen Impact und danach wird es nochmal ein bisschen interessant, weil dann steht die Überlegung offen, ziehen wir jetzt die Schatzkammer hoch oder ziehen wir die Edelstallmine hoch? Und ich kann euch sagen, es ist erst die Edelstallmine. Das Ganze habe ich in einem anderen Video, da gab es einen Taktikwechsel, ich hatte nämlich davor die Schatzkammer ausgebaut, kann ich euch auch mal verlinken. Auf jeden Fall versuche ich in dem Video das Ganze nochmal ein bisschen aufzuträufeln, wieso denn Edelstallmine und nicht die Schatzkammer. Der springende Punkt ist, dass der Verkaufswert der Edelsteine mit dem Charakterlevel zusammenhängt. Jetzt muss ich ein bisschen mit Zahlenbeispielen arbeiten. Wir nehmen an, wir haben das Ziel erreicht von Festung 20, oder halt Festung Max, Arbeiterquartier und Akademie Max und befinden uns jetzt auf Stufe 370. Jetzt sind, im Vergleich zu Stufe 450 vielleicht, die Edelsteine noch nicht so viel wert. Dementsprechend nehmen wir die Bauzeit jetzt in Kauf von Stufe 10 bis 25, denn in den Bereichen können wir noch nicht, das ändert sich nämlich ab Stufe 25, also ab Edelstein minus Stufe 25, können wir noch nicht ausbauen und Edelsteine fördern gleichzeitig. Das heißt, in dem niedrigen Levelbereich werden wir erst versuchen, die Edelsteinmine hochzubekommen, dass wir später, wenn wir ein hohes Level haben und die Edelsteine sehr, sehr viel wert sind, auch die Edelsteinmine ausbauen können und gleichzeitig Edelsteine suchen können. Denn, haltet euch fest, die Edelsteinmine geht auf Stufe 100. Also, wenn ihr die Stufe 25 erreicht habt, seid ihr prepared für später und dann geht ihr erst mal auf die Schatzkammer. Die Schatzkammer ermöglicht euch, mehr Items im Inventar lagern zu können, was soweit gut ist, dass ihr sagen könnt, hey, ich bekomme gerade Items aus meinen Quests raus, die sind aber gerade nicht bei der Hexe im Angebot und dementsprechend behalte ich die einfach in meinem Inventar und warte, bis die Hexe genau diesen Gegenstand braucht, sei es eine Brustplatte, sei es Schuhe, sei es Gürtel und so weiter und so fort und dann verkaufe ich die zum doppelten Preis, um mehr Stats generieren zu können. Das heißt, wir sind perfekt prepared fürs Late Game, was jetzt diesmal sich auf den Charakter bezieht, ziehen die Schatzkammer auf ihr Max, was Stufe 45 ist und dann geht es hier mit der Edelsteinmine weiter. Ist aber auch nicht mehr so schlimm, denn wir haben jetzt halt Stufe 450 erreicht, haben die Edelsteinmine auf, also das sind alles nur Zahlenbeispiele, haben die Edelsteinmine auf Stufe 25, haben die Schatzkammer auf Stufe 45 und jetzt können wir einfach schauen, dass wir die Edelsteinmine langsam und gemächlich auf Stufe 100 bringen. Wir verlieren dadurch aber kein Gold, weil nebenher werden wir auch einfach Edelsteine suchen und wenn wir die rausbekommen, können wir sie für einen guten Preis beim Händler verkaufen und so nebenher auch nochmal Stats gewinnen. Ein weiterer sehr wichtiger Aspekt, den ich in dem Video bisher noch gar nicht angesprochen habe, war die Ritterhalle. Ich bin ehrlich, ich habe sie einfach vergessen. Aber wir können das Ganze jetzt noch einmal durchgehen und ich erzähle euch ein bisschen was zur Ritterhalle. Und zwar der erste Bereich, wo die Festung bis 8 ging, da würde ich sagen, geht in den nächsten Bereich erst, wenn ihr die Ritterhalle mit auf 8 gezogen habt. Im zweiten Bereich versucht ihr eure Ritterhalle einfach immer mit der Festung mitzuziehen. Wir gehen hier ja so bis zur Festungsstufe 15 und 15 ist auch so eine magische Zahl, sage ich mal, die eben wichtig für die komplette Gilde ist. Ab dem Moment, wo der erste Spieler in der Gilde die Ritterhalle auf Stufe 15 hat, ist es der kompletten Gilde möglich, schwarze Edelsteine, die von uns jetzt her ein bisschen besser sind als die normalen regulären Edelsteine, aus der Edelsteinmine zu fördern. Für jeden weiteren Spieler in der Gilde, der die Ritterhalle auf Stufe 15 hat, erhöht sich die Chance, schwarze Edelsteine zu halten, aus der Edelsteinmine. Nochmal, das Ganze kann man natürlich hochziehen, bis jeder die Ritterhalle auf Stufe 15 hat. Damit habt ihr die maximale Chance auf schwarze Edelsteine. Ungeachtet dessen, ist natürlich die Ritterhalle auch insofern wichtig, da die Stats, die die Edelsteine haben, sowohl vom Charakterlevel, als auch von den Ritterhallenpunkten der gesamten Gilde abhängen. Dann ist es natürlich selbst erklärend, dass man versucht, dass jeder Spieler seine Ritterhalle so weit wie möglich nach oben pusht, damit die Gilde einfach als gesamte Gilde sehr gute Edelsteine rausbekommen kann. Befinden wir uns im dritten Bereich, wird es nochmal ein bisschen spicy, was die Ritterhalle angeht. Da könnte es helfen, sich mit der Gilde abzusprechen, da könnte es helfen, so Referenzen von anderen Mitspielern aus der Gilde zu ziehen. Und zwar gibt es jetzt hier so zwei Prinzipien, die auch wieder ein bisschen abhängig sind von wie viele Ressourcen stehen mir denn so zur Verfügung. Was ich ganz gerne mache, das ist auch wieder so eine Sache, da muss man ein bisschen auf die Gilde achten. Ich gehe gerne mal ein, zwei Schritte weiter, um es dann mit den vorherigen Schritten einfacher zu haben. Was meine ich damit? Habe ich jetzt meine Festung auf Stufe 15 und habe ich auch meine Ritterhalle auf Stufe 15, habe ich erstmal meinen Soll für die schwarzen Edelsteine erfüllt. Jetzt wäre es natürlich von Vorteil, damit wir alle bessere Steine bekommen, wenn ich die Festung auf Stufe 16 ziehe und danach die Ritterhallenstufe auf 16 ziehe. Dann Festung 17, Ritterhalle 17 und so weiter und so fort. Es kann aber sein, dass wenn ich jetzt die Festung auf Stufe 16 ziehe und ebenfalls die Ritterhalle, dass mir dann die Ressourcen für Festung Stufe 17 ausgehen. Was ich dann gerne mache, ist, ich sage einfach, okay, ich lasse jetzt meine Ritterhalle auf Stufe 15, presche rein in die Festung, die Ritterhalle hat ja keine Ausbauzeit. Dann mache ich die auf 16, mache die danach direkt auf 17, was ich vielleicht nicht schaffen würde, wenn ich jetzt nochmal in die Ritterhallenpunkte gehe und ganz vielleicht, das ist halt so eine Sache, ich schaue, wie viele Ressourcen ich habe, ich schaue, wie viel der Ausbau kostet, ich schaue, wie viel die Ritterhalle kostet. Wenn die Ritterhalle, sage ich mal, free nebenbei ist und ich komme mit der Festung nochmal eine Stufe hoch, dann mache ich die Ritterhalle nochmal eine Stufe höher. Wenn dem nicht der Fall ist, dann gehe ich mit der Festung noch eine Stufe hoch. Wieso mache ich das Ganze? Das Prinzip hatten wir davor schon. Beim nächsten Festungsevent werde ich dementsprechend deutlich mehr Festungsmatz, also hier Holz und Stein, aus den Questen bekommen. Also diese Bündel, die man da rausbekommt. Auch ganz blöd, wenn die noch auf Stufe 15 ist und meine Festung ist mittlerweile auf Stufe 18, reicht mir ein Festungsevent, um die auf Stufe 16 und 17 hochzuhauen und noch on top die Festung auf Stufe 19 auszubauen. Das heißt, das sind dann so Etappen. Kein fließendes 16, 16, 17, 17, 18, 18, sondern die bleibt auf 15 und auf einmal ist Festungsevent und die ist dann 2, 3 Stufen höher. So. Das ist so eine Sache, wenn die Gilde natürlich übelst drauf pusht und sagt, nee, ey, wir haben das Ziel, wir machen in 6 Wochen, muss jeder halt seine Ritterhalle auf 16 haben, dann könnt ihr die Taktik natürlich nicht fahren. Ihr könnt natürlich um Erlaubnis fragen, euren Plan erzählen, erklären. Ich halte es teilweise für eine bessere Taktik, auf lange Frist gesehen, weil es einfach weniger Zeit frisst, die Festung hochzupreschen und immer zu gucken, hey, wann habe ich denn genug Ressourcen, um die Ritterhalle mal so auf nebenher, das stört mich eigentlich gar nicht, die kostet gerade im Vergleich so wenig, hochzuziehen, anstatt die wirklich immer simultan hochzuziehen. Das ist so eine Taktik. Wenn möglich, dann würde ich eher die Taktik von mir fahren, dass man das etappenweise macht. Ihr könntet euch vielleicht mittlerweile fragen, hat der Junge nicht irgendwas vergessen? Und tatsächlich, ja, hier unten sind noch vier Baufelder, die wir bisher noch nicht angesehen haben. Das ist einmal die Schützengilde, Magiaturm, Befestigung und die Schmiede. Diese Gebäude haben, also vielleicht die Schmiede mal so ein bisschen eingeklammert, aber vor allem diese drei haben mit der Verteidigung Verteidigung der Festung etwas zu tun. Und die Verteidigung, es ist vielleicht nicht im Sinne des Erfinders, aber im Sinne der Spielerschaft, juckt nicht. Sie juckt einfach nicht. Wir haben in dem Spiel eine gewisse Taktik, welche sich Teilschutztaktik nennt und die baut darauf, dass wir uns von Teilschutz, welcher 24 Stunden immer wieder anhält, also wo wir uns von Teilschutz zu Teilschutz hangeln. Während wir hier in dem Teilschutz sind, sehen wir, dass unsere Ressourcen vorübergehend gegen Beutezüge von anderen Spielern geschützt sind. Das heißt, alles was hier oben drinnen ist, das wird nicht erreicht. Wenn uns jemand angreift, der kommt da nicht ran. Und bis das Ding abgelaufen ist, hat uns schon wieder einer angegriffen. Wieso ist das so? Weil wir einfach eine leichte Beute sind. Wir werfen so ein bisschen Ressourcen ab, die man gerne mal mitnimmt, vor allem wenn man jetzt hat, wie in dem Fall, die Soldaten noch auf Stufe 1 hat. Die kosten hier zum Ausbau nichts. Ja, also 15 Holz, 5 Steinen, das ist nichts. Wenn ich irgendjemanden angreife, der auch nur einen Taui, Stein oder Holz gibt, habe ich schon Plus gemacht. Lässt sich jetzt mit den Ressourcen hier oben drüber streiten, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Wir sind einfach sehr lukrativ zum Angreifen, weil wir easy zu besiegen sind mit einem Soldat, der kaum was kostet. Bauen wir hier aus, dann werden uns diese Spieler nicht mehr angreifen, sondern nur die Spieler, die ihre Soldaten schon auf ein relativ hohes Level ausgebaut haben. Wenn nun diese Schutzdauer hier abgelaufen ist, dann sind auch die oben stehenden Ressourcen nicht mehr geschützt und Spieler können an die rankommen. Das wollen wir verhindern, dementsprechend lassen wir hier die Verteidigungsgebäude einfach außen vor und hangeln uns von Teilschutz zu Teilschutz. Das gleiche Prinzip gilt natürlich auch umgekehrt. Ich habe hier den Schmied nicht hochgezogen, mit welchem wir den Soldaten dann verbessern könnten, weil der Soldat wird natürlich, wenn er besser wird, auch noch teurer zum Herstellen. Ich habe die Kosten möglichst niedrig gehalten, weil ich eben auch weiß, dass andere Spieler diese Taktik fahren und ich dementsprechend eine hohe Wahrscheinlichkeit habe, dass andere Spieler ebenfalls nicht die Befestigung ausgebaut haben und eine leichte Beute für mich sind. So schieben wir uns als kompletter Server gegenseitig Teilschutz nach Teilschutz hin und her. Dennoch, auch wenn natürlich die Ressourcen hier oben geschützt sind, bekommt der Gegner Ressourcen und die setzen sich zusammen aus Steinbruch und aus Holzfällerhütte, was da drinnen ist und auch sage ich mal so ein kleiner Bonus. Ich denke mal, so setzt sich das zusammen. Dementsprechend, das ist auch wieder so eine Sache, die bezieht sich eher aufs Early Game. Wenn ihr Steinbruch und Holzfällerhütte hochzieht, dann wird der Bonus für eure Gegner auch etwas höher ausfallen, was euch einfach zu einem lukrativeren Ziel macht. Dementsprechend habt ihr auch in der Post bei Angriffen sehr, sehr viele Angriffe, die ihr gegen angreifen könnt. Das ist gut, weil wenn ihr hier auf angreifen klickt und ihr seht, ey, den packe ich nicht oder hey, der hat mir einfach zu wenig Ressourcen, dann geht ihr einfach auf die Post, geht auf Angriffe und klickt auf Gegenangriff und guckt, na, ist da vielleicht noch jemand dabei, der die Holzfällerhütte und den Steinbruch auf einem angenehmen Level hat, wo man noch gute Ressourcen rausziehen kann, wo es sich lohnt, Angriffe zu machen. Und dann kommen wir auch gleich schon zum nächsten Punkt. Das ist so ein bisschen, das geht Hand in Hand. Habt ihr jemanden gefunden, wo ihr sagt, hey, der hat keine Befestigung ausgebaut, den kann ich easy mit einem Soldaten auf Stufe 1 über den Haufen rennen und bekomme eigentlich echt ganz gut Ressourcen und das gleiche gilt auch für mich. Dann könnte man sich mit dem Spieler zusammentun und das Ganze schimpft sich dann Festungspartnerschaft. Das ist halt so eine Sache, da müsst ihr dann mit dem Spieler schreiben, der euch angegriffen hat, weil so könnt ihr die ganze Zeit Gegenangriffe starten. Das heißt, ich greife jetzt meinen Festungspartner an, der klickt auf Gegenangriff. Bei mir im Postfach ploppt ein neuer Angriff auf und ich kann auf Gegenangriff klicken. Und so kann man sich dann die ganze Zeit die Angriffe hin und her schieben und im besten Fall, um es natürlich auch fair zu halten, haben beide Spieler die Holzfällerhütte und den Steinbruch auf dem gleichen Level, dass einfach beide gleich profitieren. Das Ganze hat natürlich auch so ein bisschen Bedingungen. Ihr müsst erstmal jemanden finden, ihr müsst euch an Termine wahrscheinlich halten. Ich denke mal, es wird dann so stattfinden, dass ihr euch wahrscheinlich absprechen werdet, wann ihr zu welchem Zeitpunkt wieder volle Soldaten habt und wann die Angriffe stattfinden. Das heißt, man müsste sich im Wecker stellen, aber wenn man damit zufrieden ist und sagt, hey, ich habe Bock auf den Impact, ich gehe da rein, dann habe ich alle drei Stunden im Wecker und mache das mit meinem Kollegen, mit meinem Festungspartner, dann ist das auf jeden Fall eine Taktik, die ihr unbedingt fahren solltet, weil vor allem am Anfang ist es ja recht schwer, an die Ressourcen ran zu kommen und da hilft euch, eine Festungspartnerschaft ungemein in Ressourcen schwimmen zu lassen. Nun kommen wir zum Schluss und ich kann euch noch einen Tipp geben, wem es noch nicht aufgefallen ist, wir haben hier in der Festung drei Ressourcen. Das ist einmal Holz, einmal Stein und einmal Zeit. Dementsprechend der Tipp, baut immer irgendetwas aus. So sind auch solche Sachen hier zustande gekommen. Das heißt einfach, wenn ich nicht genügend Ressourcen hatte, um die Festung jetzt hochzuziehen oder das Arbeiterquartier, aber ich stehe halt kurz davor, naja, dann warte ich nicht einfach sieben Stunden, bis die Ressourcen vom Himmel fallen. Also ja, mache ich schon, aber ich baue irgendwas Billiges nebenher aus. Das ist Zeit, ich mir hinten raus einfach spar und so kommt es dann zum Beispiel zustande, dass ich hier einfach einen Magierturm schon ausgebaut habe, dass ich hier die Schützengilde ausgebaut habe. Die Befestigung auf drei, da war ich mir dann sehr, sehr unsicher, aber ich denke mal mit Schützengilde und Magierturm macht ihr nichts falsch. Das ist ja, ihr müsst keine Verteidigung ausbauen, also ihr müsst keine ausbilden, meine ich. Deswegen lasst keine Zeit verstreichen und wenn ihr kurz vor dem nächsten Upgrade seid, vor dem nächsten größeren und die Ressourcen reichen noch nicht ganz, aber ihr sagt, hey, morgen habe ich wieder 20 neue Spins oder in ein paar Stunden habe ich wieder ein paar Angriffe oder morgen bekomme ich die Ressourcen mit den Angriffen zusammen und so weiter und so fort. Naja, dann baut halt irgendwas aus, was schon mal irgendwie fünf, sechs Stunden für einen späteren Bereich des Spiels wegnimmt. Ja, Freunde, ey, ich hoffe, ich habe euch einen guten Impact gegeben. Falls ich irgendwas vergessen haben sollte, schreibt es in die Kommentare. Falls ihr irgendwelche Anmerkungen habt, schreibt es in die Kommentare. Ich kann da auf jeden Fall noch auf Fragen eingehen. Vielleicht gibt es auch noch Gegenbeispiele von Strategien, die Neulinge, wo jetzt einfach mal noch nicht so viele Berührpunkte mit im Spiel haben, sich ebenfalls anschauen und anhören können. Dann können wir gerne in den Kommentaren weiter diskutieren. Ich denke mal, für das Video als grober Überblick, ich habe ja am Anfang schon gesagt, es gibt nicht diesen einen spezifischen Weg. Es ist eben teilweise situationsabhängig. Kann man das Video aber schon mal sehr gut hernehmen, um einfach so eine grobe Idee zu haben, welche Richtung ich denn ungefähr gehen sollte, die Festung auszubauen. Ich bedanke mich für's Zusehen und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Es ist deinem, Freunde. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.